in diesem video möchte ich euch alle funktionierenden zombie glitches zeigen nach dem neuesten update und wir fangen auch direkt mal an mit glitch nummer eins ist der fliegen glitch mit der versänger die muss einmal gepunct sein mindestens und dann müsst ihr von irgendwo hohen abspringen dazu haltet ihr die zielentaste gedrückt bis ihr hoch fliegt und danach lasst ihr den fallschirm los haltet noch mal die zielentaste bis 70 prozent gedrückt lässt los und danach haltet ihr sie wieder gedrückt und dann seid ihr schon höher in der luft das könnt ihr dann die ganze zeit machen um ganz schnell über die ganze map zu fliegen und wenn eure munition leer gehen sollte dann könnt ihr kurz einer fallschirm aufmachen eure munition aufladen und das ganze wiederholen immer bis 70 prozent laden loslassen bis 70 prozent laden und loslassen so könnt ihr wie gesagt leute in einer minute um die ganze map fliegen der nächste glitch ist ein wall breach und zwar könnt ihr an einer bestimmten zone es gibt auch mehrere zonen hier auf der map aber ich zeige euch jetzt eine in der zone 3 hier habt ihr diese tore und wenn ihr dann an diesen toren steht schaut dahin lauft nach vorn und ladet eure versänger und dann geht ihr hier durch die wand leute wenn ihr dann hier drin seid können euch die ganzen zombies nicht hitten und ihr könnt auch hier wieder raus gehen ich würde natürlich erst die zombies auf mich aufmerksam machen so dass sie einen verfolgen und danach würde ich erst hier reingehen damit ihr hier wieder raus könnt müsst ihr auf die wand schauen wo ihr reingekommen seid dagegen laufen die versänger laden und die schleudert euch wieder raus jetzt könnt ihr nämlich die ganzen zombies auf euch aufmerksam machen und ganz schnell hier wieder reingehen in den spot und in ruhe zum beispiel den mega scheusal töten natürlich könnt ihr auch wenn ihr ein kopfgeld annimmt und ein mega scheusal legen muss der hier in der nähe ist dann könnt ihr den natürlich auch hier hin locken und in aller seelen ruhe platt machen natürlich könnt ihr den spot auch nutzen um afk zu gehen kommen wir nun zum grabsteinglitch und anschließend auch zum lager erweitern als allererstes tut alle sachen die in euren grabstein haben wollt in eurem rucksack ich habe jetzt nicht so viel drin weil ich in game noch sachen bekomme da ich jetzt gerade keinen großen rucksack habe und falls ihr die grabstein dose schon herstellen könnt dann würde ich euch empfehlen die einfach mitzunehmen weil das spart euch auch ein wenig zeit und falls ihr die nicht haben sollte dann könnt ihr euch einfach in game das grabstein perk kaufen und was ich euch auch noch empfehlen kann kauft euch noch einen zusätzlichen großen rucksack damit in der neuen ruhe dann den grabstein direkt komplett leer machen könnt ihr könnt euch natürlich auch geld droppen lassen und das mit eurem grabstein tun damit ihr auch jedes mal max money habt wenn ihr dann euren grabstein habt und alle sachen die ihr haben wollt dann könnt ihr einfach auf trupp verlassen gehen wenn ihr solo spielt dann könnt ihr diesen schritt überspringen dann seid ihr schon solo und müsst keinen trupp verlassen und als nächstes müsst ihr euch umbringen wichtig dabei ist leute ihr dürft keine selbstwiederbelebung haben also wenn ihr eine ausgerüstet hat dann schmeißt sie weg und danach müsst ihr euch umbringen sobald ihr tot seid müsst ihr einmal komplett ausbluten könnt auch auf aufgeben drücken und jetzt kommt dieser timer für den hilferuf hier müsst ihr einfach nur komplett warten bis der timer abgelaufen ist und wenn der timer dann abgelaufen ist dann steht da trupp eliminiert hier kommt der missionsfortschritt hier könnt ihr einmal auf überspringen klicken und jetzt müsst ihr warten bis die ganze ep hier zu ende geladen hat und am ende steht dann da oben spiel verlassen oben rechts da klickt ihr drauf und dann habt ihr euren grabstein gesetzt wenn ihr danach dann in eine neue runde reingeht dann seht ihr auf der karte dass euer grabstein da ist dann geht zu eurem grabstein und jetzt macht den komplett leer und an dieser stelle könnt ihr einfach jetzt alt f4 machen oder einfach die anwendung schließen also dashboarden und in der nächsten runde habt ihr euren grabstein wieder jedoch verliert ihr dann die ausrüstung vom operator sowie den großen rucksack und dreierplattenwesten als exfilts nehmt ihr wieder die story exfilts sowie beim glitch vorher ich persönlich nehme immer das portal von der akt 4 mission und falls ihr in der story nicht soweit seid ihr könnt einfach auf missionen bar bei den akt 4 drauf gehen und die mission aktivieren das timing zum dashboarden bei den konsolenspielern ist sobald die animation der teleportation beginnt so wie jetzt hier und für die ganzen pc spieler sobald euer bildschirm schwarz wird so wie jetzt wenn ihr das spiel dann erneut startet seht ihr habt die ganzen sachen im rucksack und ich kann jetzt einfach auf lagern drücken und er lagert die ganzen sachen in mein lager habt ihr das problem dass ihr nichts mehr ins lager tun könnt und die meldung kommt dass sie die sache nur zerstören könnt ihr könnt die items auch nicht gegen hergestellte sachen eintauschen oder gegen andere sachen im lager wollt aber wieder eine erhöhte lager kapazität von 240 items dann schaut euch das jetzt genau an denn ihr müsst erst mal verstehen wie dieses lager funktioniert denn das lager hat normalerweise eine größe von zehn items und jedes mal wenn ihr dort etwas rein tut was ihr hergestellt habt oder aus normalen exfiltrationen mit aus dem spiel genommen habt dann zählen diese offiziell als belegte plätze in eurem lager zum beispiel ihr geht in ein spiel und farm ein bisschen und habt jetzt drei items mit rausgenommen ihr exfiltriert ganz normal bei der ganz normalen exfiltration packt diese drei sachen ins lager dann hättet ihr drei von zehn slots belegt das gilt auch für die items die ihr mit dem normalen exfilt rausnimmt trotz krabstein glitch also wenn ihr zum beispiel auf die 100 kills tarnung geht mit evakuierung und dashboardet sobald evakuierung geglückt steht dann dürft ihr diese items auch nicht ins lager tun ich habe jetzt eine runde hier gespielt und sachen gefahren und werde das jetzt mit diesem normalen exfilt rausnehmen und ins lager packen damit ihr auch genau versteht was ich meine also ich gehe in den normalen exfilt wenn da steht evakuierung geglückt werde ich ganz schnell dashboarden und ich habe jetzt auch extra items mit rausgenommen die sofort im lager erkennbar sind damit ich euch das ganze auch verständlicher erklären kann ich werde diese sachen jetzt in mein lager packen und ihr werdet sehen nach ein paar stück werde ich nichts mehr reintun können das heißt mein lager ist gerade zehn von zehn lottspiel das liegt einfach daran dass ich der items rein getan habe die ich nicht mit dem story exfilt rausgenommen habe mit dem grabstein glitch und um das ganze jetzt zu fixen damit ihr wieder sachen in neuer lager tun könnt müsst ihr erst mal diese items in eurem lager finden und zerstören ich zeige euch das ganze mal ich gehe mein lager und suche jetzt die items raus die ich gerade rein getan habe die ich auf normalem weg exfiltriert habe bzw in mein lager getan habe das waren wie gesagt bei mir nur so sachen die leicht erkennbar sind so wie ein perk auf einmal zwischen den ganzen goldenen sachen oder munitions mods falls sie schon viele items im lager habt dann kann es schwer sein diese sachen rauszufiltern weil man vielleicht nicht weiß welche sachen man nicht durch den glitsch da reingepackt hat und dann ist das schon richtig schwierig diese sachen zu finden aber wenn ihr nochmal einmal komplett das fixen wollt und euer lager wieder auf 240 items füllen wollt dann geht in euer lager rein zerstört nach und nach paar items und schaut immer wieder nach ob ihr die sachen einfach so einlagern könnt ohne die einzutauschen und sobald ihr die sachen dann so einfach wieder rein legen könnt danach dürft ihr dann nichts mehr in euren lager tun was sie durch eine normale exfiltration mit rausgenommen habt oder was ihr hergestellt hat und reingetan habt falls sie noch irgendwelche fragen habt dann könnt ihr gerne mein discord server join und dort nachfragen oder fragt mich in den kommentaren der nächste glitsch ist der wunderwaffen pack up an stufe 4 glitsch ihr braucht ihr zum beispiel für den mega scheu sei nur zwei schüsse mit der vr 11 auf pack up an stufe 4 ihr könnt sogar zwei wunderwaffen auf einmal auf pack up an spiel bringen ihr braucht dafür ein juggernaut eine selbstwiederbelebung und goldene schlüsselleute ich werde das jetzt mit der ray gun und der vr 11 machen ihr müsst dafür als allererstes einmal down gehen und wichtig ist eine selbstwiederbelebung ihr könnt euch selber töten oder von zombies töten lassen spielt gar keine rolle hauptsache ihr liegt auf dem boden wenn ihr auf dem boden seid belebt euch wieder und jetzt müsst ihr den jugger werfen sobald euer jugger da ist schmeißt eure waffen auf den boden und jetzt interagiert mit den jugger also hebt den ganz normal auf und rüstet den aus und wenn ihr den ausgerüstet habt müsst ihr nur noch warten bis der timer abgelaufen ist und sobald der timer dann abgelaufen ist werdet ihr sehen dass eure waffen noch auf dem boden liegen die können eure kollegen aufheben und ihr habt beide waffen noch mal in grau auf der hand und ihr müsst diese jetzt auf gold bringen mit einem goldenen schlüssel und auf pecker punch stufe drei einmal punchen und ihr habt die waffen wieder auf pecker punch stufe vier der nächste glitsch ist der gold mode glitsch nach dem update und zwar braucht ihr hierfür einen juggernaut den könnt ihr euch in der zone 3 im shop für 10.000 punkte kaufen diesen wirft ihr erstmal und wartet bis er landet wenn euer jugger dann da ist dann legt ihr euch daneben auf dem boden haltet die taste zum aufnehmen plus taktischen sprint gedrückt und jetzt müsst ihr nur noch warten bis der timer hier vorbei ist vom juggernaut und sobald der timer vorbei ist gibt es paar sachen die ihr beachten müsst und zwar ihr könnt ganz normal rennen und springen und die zipline benutzen versänger benutzen auto fahren solange ihr nicht auf dem boden liegt also wenn ihr euch hinlegt dann merkt ihr das auch wenn ihr läuft dass ihr dann so kriegt dann seid ihr im gott mode und wenn ihr aus dem gott mode raus wollt dann müsst ihr nur einmal auf springen drücken dann könnt ihr auch wieder taktischen sprint machen rennen und alles benutzen ihr dürft nur nicht ins wasser gehen und sobald ihr wieder ins gott mode wollt müsst ihr euch einfach wieder hinlegen die taste drücken und wenn ihr auf dem boden liegt dürft ihr auch nicht sprinten immer wenn ihr sprinten wollt müsst ihr vorher einmal auf springen drücken so dass sie steht und danach könnt ihr wieder rennen wenn ihr die versänger benutzen wollt gibt es auch eine sache die ihr beachten müsst und zwar müsst ihr kurz vor dem landen euer fallschirm aufklappen und es ist auch egal wann genau ihr das macht hauptsache ihr landet ohne fallschirm in der hand so wie ich jetzt gerade dann seid ihr auch noch im gott mode ihr könnt auch fahrzeuge benutzen ihr müsst natürlich vorher einmal aufgestanden sein also ihr dürft nicht in der liegenden position sein dann könnt ihr ganz normal rumfahren und wenn ihr dann bei zombies seid dann drückt ihr einfach wieder die taste zum hinlegen und ihr seid wieder im gott mode ihr könnt auch ziplines benutzen aber wie gesagt ihr dürft nicht in der liegenden position sein sondern ihr müsst vorher einmal springen dann könnt ihr auch die zipline benutzen und euer gott noch bleibt auch bestehen also noch mal kurz zusammengefasst was ihr euch merken müssen nachdem ihr den jugger genommen habt so wie ich in dem video und dann seid ihr immer im gott mode sobald ihr die taste zum liegen drückt und sobald ihr einmal auf springen drückt seid ihr aus dem gott mode raus dann könnt ihr wieder laufen also beziehungsweise taktischen sprint machen ihr könnt ziplines benutzen die versänger benutzen und fahrzeuge fahren und wenn ihr wieder in den gott mode rein wollt müsst ihr die liegen taste drücken wo ich auf dem boden hinlegt und wenn ihr auf dem boden liegt leute dürft ihr keinen taktischen sprint machen ihr müsst vorher immer einmal auf springen drücken damit ihr aus dem gott mode raus seid dann könnt ihr wieder sprinten und halt die ganzen sachen benutzen doch ihr dürft nicht ins wasser und wie bei dem glitch vorher kriegt ihr auch damage von geschossen zum beispiel von mangler geschossen oder von söldnern oder dem mega scheusal der mimiker zieht euch zwar zu sich leute aber sobald ihr wieder die liegen taste gedrückt haltet seid ihr wieder im gott mode und